Hi, Marcel hier von der BEMA Bauchemie. Willkommen zurück in der Akademie. In diesem ersten Video zu dem ganz großen Thema Steinteppich schauen wir uns einmal zusammen die Grundlagen von Steinteppichsystemen und die dazugehörige Bauchemie an, was man alles bei der Verlegung beachten muss, welche Komponenten stimmen müssen und welche Fehler unbedingt zu vermeiden sind. Wir starten erst einmal mit einem Grundsatz bzw. mit mehreren Grundsätzen, die wir bei der Verlegung unbedingt beachten müssen, damit unser Steinteppichprojekt auch erfolgreich wird. Die Auswahl eines geeigneten Bindemittels sowie die dazugehörigen Granulate sind wirklich essentiell für die Qualität des Steinteppichs, die Stabilität, die Haltbarkeit, die Langlebigkeit und das Ganze sichert und schafft quasi die Qualität des Steinteppichs, ist unsere erste und zweite Grundlage dafür. Also Bindemittel Nummer 1, Granulate Nummer 2. Vorausgesetzt ist natürlich, wenn wir einen Steinteppich verlegen wollen, dass der Systemaufbau erstens richtig ausgewählt wurde und dann auch der Untergrund entsprechend vorbereitet wurde. Beispiel Balkon, unten drunter Abdichten, so wie du das in den vorherigen Lektionen gelernt hast. Und als letztes muss die Verarbeitung von dem Steinteppich an sich natürlich auch unter geeigneten Wetterbedingungen stattfinden. Das ist jetzt im Innenbereich nicht ganz so essentiell wie außen, aber auch im Innenbereich gibt es diverse Wetterbedingungen, auf die wir achten müssen. Ist jetzt nur eine dieser Komponenten fehlerhaft, also die Aufzählung hier 1, 2, 3 und 4, das ist jetzt nicht nach Priorität. Das kann man alles gleichgewichten, 25% bis zu einem 100% erfolgreichen Steinteppichprojekt. Und ist jetzt nur eine dieser Komponenten fehlerhaft, wirst du mit deinem Steinteppichprojekt definitiv scheitern. Es ist nicht so zu verstehen, dass wenn man jetzt einen Punkt ein wenig vernachlässigt, das Ganze dann trotzdem erfolgreich wird. Also es wird definitiv scheitern, weil der Steinteppich wird einfach nicht das leisten können, für das du ihn verbaut hast. Und das wird definitiv zu einer Reklamation führen. Ich habe das Ganze hier mal so grafisch etwas aufgebaut, damit man hier wirklich nochmal den Zusammenhang erkennen kann. Also wir sind hier wirklich auf diese vier Sachen angewiesen. Wir können natürlich auch noch hingehen und das weiter runterbrechen. Aber das sind jetzt erstmal die ersten vier Grundsätze, die wir unbedingt beachten müssen. Beim Untergrund ist es dann je nach Anwendung die Abdichtung, Grundierung, im Innenbereich die Entkopplung, im Außenbereich die Drainage, wie fest ist der Untergrund, Restfeuchte und so weiter. Also das hier, das hast du alles in den Lektionen vorher gelernt. Falls da noch Unklarheit herrscht, bitte einmal nochmal anschauen. Dann zum Granulat, das sollte trocken und sauber sein. Die Körnung sollte richtig ausgewählt sein. Wichtig auch hinsichtlich der Rutschhemmung und der Festigkeit später, benutzt du entweder getrommeltes oder gebrochenes Material. Also das getrommelte Material ist ja dann eher so für die hochdekorativen Sachen im Innenbereich, auch Balkone und so weiter. Die gebrochenen Steine, Granulate benutzen wir dann für Einfahrten, für Wege, Straßen, da wo eine erhöhte Rutschhemmung gefordert ist. Wir können die Rutschhemmung zusätzlich nochmal erhöhen mit Anti-Rutscheinstreugut, aber dazu später auch mehr. Auch ein wichtiger Punkt ist, dass das Material pyridfrei ist. Also es hat wirklich einen Grund, warum wir aus der ganzen Welt den Marmor her schaffen und den trommeln, trocknen, säubern, waschen, nochmal trocknen, das volle Programm. Einfach weil jetzt Beispiel Deutschland, die ganzen Flusskiesel, die es hier gibt oder auch die ein, zwei Marmorsorten und Granite, die hier abgebaut werden, die haben doch meist einen sehr hohen Pyridanteil und dieser reagiert später mit dem Bindemittel und auch mit Wasser dann die Kombination. Dort wird Schwefel freigesetzt, es kommt zur Oxidation, also man bekommt dann die typischen Rostflecken auf dem Steinteppich obendrauf und die wollen wir unbedingt vermeiden. Deswegen ist auch wirklich die Granulatauswahl so essentiell. Deswegen ist das Granulat auch so, ich nenne es jetzt mal teuer im Vergleich zu, wenn ich jetzt hier irgendwo Quarze hole oder Flusskiesel, bekomme ich extrem günstig. Funktioniert leider nicht. Ganz wichtiges Thema. Nicht unterschätzen. Auch vor allem, dass die wirklich trocken sind. Also es reicht nicht, sich Beispiel Baumarkt, Granulate zu holen, irgendwas, das dort außen gelagert wurde, das noch eine gewisse Feuchtigkeit in sich hat, und die dann ins Lager zu legen, draußen hinzulegen, unter der Sonne trocknen zu lassen. Das ist nicht ausreichend. Die Steine haben dann trotzdem noch eine gewisse Restfeuchte. Das reagiert mit meinem Bindemittel. Wenn ich ein Polyurethan benutze, kann das anfangen zu schäumen. Wenn ich ein Polyasphatik benutze, kann das innerhalb von wenigen Sekunden aushärten. Also Polyasphatiks werden durch Wasser wirklich extrem beschleunigt. Unbedingt vermeiden. Sackware bitte benutzen. Dann wird man wirklich Feuer getrocknet und idealerweise von einem Gebläse dann nochmal vom Staub befreit. Beim Bindemittel müssen wir darauf achten, dass das lösemittelfrei ist. Es gibt für ganz wenige Anwendungsfälle auch lösemittelhaltiges Bindemittel. Die bringen aber neben den gesundheitlichen Bedenken der Lösemittel auch noch ganz andere Probleme mit sich. Sei es jetzt ein Materialschrumpf, ein erhöhter Materialverbrauch. Das kann später zu Rissbildungen führen. Kann reagieren. Sehen wir dann gleich im Anschluss, was passiert, wenn ich irgendwo etwas lösemittelhaltiges verarbeite. Darauf ist unbedingt zu achten. Das ist idealerweise ein ein-komponentiges Produkt. Da können keine Mischfehler entstehen. Beziehungsweise es kann dann nur noch ein Mischfehler entstehen, wenn ich zu viel oder zu wenig an die Steine dran mache. Aber nicht, wenn ich jetzt zwei Komponenten von einem Bindemittel miteinander vermengen. Die Aushärtungszeit ist essentiell. Also das Bindemittel sollte in einem angemessenen Rahmen aushärten. Das heißt, so nach 24 Stunden spätestens sollte das durch sein. Wenn es schneller gehen soll, ist auch möglich. Dann benutzt du bitte die Polyaspartix. Dort aber darauf achten, dass die Verarbeitungszeit dann extrem runter geht. Also bei dem ein-komponentigen Elastan-Polyurethan-Bindemittel hast du eine Verarbeitungszeit zwischen 4 und 5 Stunden. Das hat auch nochmal den Vorteil, dass wenn dir irgendwo mal das Material ausgehen sollte, du kannst nochmal in dein Lager fahren, holst dir was und kannst da wieder ranarbeiten. Andernfalls ist das Problem, wenn das Material zu schnell anzieht und du arbeitest da ran, dann bekommst du einen Stoß rein. Und das ist ein optischer Mangel, den kriegt man nie wieder weg. Deswegen ganz wichtig die Verarbeitungszeit. Beim Polyaspartix hast du nur eine halbe Stunde Zeit. Da muss wirklich der Projektablauf stimmen. Da muss alles da sein. Das Material muss da sein. Das Werkzeug muss da sein. Idealerweise in mehrfacher Ausführung. Falls mal ein Rührquirl oder sonstiges kaputt geht. Dann hat man keinen Ersatz. Dann steht man wirklich doof da. Zu unterscheiden ist dann immer, ist das Bindemittel lichtecht oder nicht lichtecht. In 99% aller Fälle benutzt du natürlich ein lichtechtes Bindemittel. Wir wollen ja hochdekorative Steinteppiche herstellen. Wenn ich jetzt eine Straße, einen Weg, eine Einfahrt aus Basalt oder dunklen Körnungen, die nicht marmoriert sind, baue, da kann es manchmal Sinn machen, ein nicht lichtechtes Bindemittel zu benutzen. Das die gleiche Stabilität schafft und wo der Verfärbungseffekt dann im Endeffekt nicht auffällt. Das ist aber eigentlich nur wichtig bei den extrem dickschichtigen Belägen, wo es dann wirklich ums Geld geht, wo riesige Flächen damit gemacht werden, Parkplätze, Radwege und so weiter. Da ist irgendwann preistechnisch immer eine Grenze gesetzt und da ist das eine kostengünstigere Alternative, die bis auf die Lichtechtheit genau die gleichen Eigenschaften aufweist. Im Außenbereich ganz wichtig, das Bindemittel soll natürlich wasserbeständig sein. Das ist bei Polyurethanen ein riesiges Thema. Steinteppich wird halt größtenteils im Außenbereich eingesetzt und ist auch dauerhaft mit Wasser in Kontakt. Und da möchten wir kein Polyurethan verwenden, das irgendwie ein Problem mit Hydrolyse, also sprich eine Wasseraufnahme hat, von Wasser aufgeweicht wird und sich im schlimmsten Fall auflöst. Auch nicht zu unterschätzen, ganz großes Thema, also wirklich ein Riesenthema. Es gibt seit Jahren Bindemittelzubereitungen am Markthausen, die findest du vor allem im Baumarkt. Definitiv, also da kann ich jetzt schon sagen, ich spreche jetzt nicht von Ravello, aber von anderen Baumarktprodukten, die genau diese Problematik haben und wo von den Herstellern auch unter einem anderen Label an Gewerbekunden, Verarbeiter verkauft werden. Die haben das nicht auf dem Schirm und dann kann es halt passieren, dass du dann nach drei, vier Jahren oder dein Kunde seinen Steinteppich einfach mal vom Balkon fegen kann. Deswegen aufpassen, hier unbedingt einen Nachweis fordern. Mit dem Elastan 120S und dem Elastan 119 sowie mit unserem Polyaspartix bist du da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und dann die Wetterbedingungen, also klar Niederschlag, vorhin schon erwähnt, Wasser, gerade in das frisch angerührte System, da sollte kein Wasser dran kommen, weder vom Untergrund, jetzt noch durch Niederschlag. Das kann zu Aufschäumungen führen oder mein System beschleunigen und später die Festigkeit auch beeinträchtigen. Deswegen immer darauf achten, dass es nicht regnet. Mit dem Elastan 119, 120 und dem Polyaspartix hast du diese Problematik nicht, vorausgesetzt ist, der Untergrund ist richtig, dass ein Gefälle da ist oder Wasserdurchlässigkeit. Idealerweise Drainage unten drunter, dass ich nicht, wenn es dann doch mal anfängt bei der Verlegung zu regnen, dass ich da keine Pfütze oder Wasseransammlung bilden kann, wo dann wirklich das System beeinträchtigt. Deswegen lieber auf Nummer sicher gehen, das Wetter abpassen und dann bist du da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Im Innenbereich ist hinsichtlich Feuchtigkeit natürlich der Untergrund zu bewerten. Gerade aufpassen bei Anhydritte-Estrichen, also unbedingt die SPM 12 nehmen. Da bist du auch bei noch einer etwas höheren Restfeuchte auf der sicheren Seite. Die Temperatur ist ausschlaggebend. Die ist ausschlaggebender für lösemittelhaltige Zubereitungen. Also die gehen bei hohen Temperaturen richtig ab. Bei den lösemittelfreien ist das so, dass höhere Temperaturen das nicht wirklich beeinflussen. Tiefere Temperaturen, also alles unter 10 Grad oder plus 5 Grad ist so die Grenze, verzögern die Aushärtung sehr lange. Also dann kann das Elastan statt einen Tag einmal zwei Tage dauern. Bei Polyaspatix wiederum ist nicht so temperaturabhängig. Also da kann es auch minus 40 Grad sein, da kann es auch plus 50 Grad sein. Das härtet immer gleich aus, weil das ist ein 2K-Produkt in den Knetbeuteln da drin. Und das härtet nicht jetzt dadurch aus, im Gegensatz zu den Elastanen, indem das sich irgendwie Luftfeuchte ins System reinzieht. Ja, Frost sollte natürlich nicht stattfinden, beim Polyaspatix wieder so ein bisschen die Ausnahme. Aber du arbeitest zu 98% mit den Elastanen und da sollten wir sicherstellen, dass es über Nacht nicht gefriert. Wenn das gerade so die kritische Grenze ist, im Februar, März so das Wetter manchmal, dann haben wir dafür einen Katalysator. Das heißt, wenn du früh genug anfängst mit dem Elastan und nicht erst abends um 8 Uhr fertig wirst und gibst ein bisschen Katalysator dazu, dann härtet das auch über Nacht, wenn die Temperatur kurz mal unter 0 Grad oder auf 0 Grad geht, härtet das trotzdem zuverlässig durch. Nicht zu unterschätzen ist auch einfach der Wind. Also der Wind beeinflusst jetzt nicht unser Steinteppichsystem an sich, trägt aber gerade im Herbst viele Blätter her, sonstiges. Also da ist auch darauf zu achten, dass man die Fläche dementsprechend schützt, dass während der Aushärtungsphase nicht so viel Blätter oder sonstiger Unrat, irgendwas da drauf liegt. Und ja, was hier noch so ein bisschen außen vor ist, das kann man hier vielleicht noch so mit dazu nehmen, ist dann auch wirklich, ja, dass Tiere drauf laufen. Das wäre jetzt normalerweise vielleicht ein fünfter Punkt, die Sicherheit, das Absperren, das Ganze. Aber wir machen das jetzt mal gedanklich hierzu. Das ist jetzt was, was du nicht so großartig beeinflussen kannst, aber unbedingt auf dem Schirm haben solltest, wenn du einen Faden verlegst, Außenflächen, sonstiges. Gerade bei den lösemittelfreien Materialien, da laufen Tiere einfach durch. Also das kann definitiv ein Problem werden. Deswegen ist das hier auch dementsprechend zu sichern. Vielleicht nennen wir den Punkt hier auch einfach um in Wetter- und Baustellenbedingungen. Also unbedingt auf dem Schirm halten. Also ich habe sehr, sehr oft erlebt, dass da irgendwie eine Katze durchgelaufen ist und dann hast du am nächsten Tag so ausgehärtete Fußspuren drin und das ist definitiv ein Mangel. Für den kannst du nichts. Du musst deinen Kunden aber darauf hinweisen, dass er seine Tiere drinnen lässt, dass gegebenenfalls abgesperrt wird, dass da einfach nichts rankommt. Nicht unterschätzen. Gut. Wie gesagt, stimmt eine dieser Komponente nicht, scheiterst du kläglich mit deinem Steinteppichprojekt. Und wie so oft erwähnt, das machst du zwei, drei Mal und dann kannst du mit dem Steinteppich einpacken. Dann kommt erstens kein Kunde mehr zu dir. Du hast vielleicht dann auch gar kein Geld mehr, weil die Schäden extrem viel Geld kosten und deine Versicherung wird auch irgendwann sagen, ja, bezahl deinen Shit, nenne ich es jetzt mal selbst. Unbedingt aufpassen. Das hier sind vier wirkliche Grundsätze. Und ich zeige jetzt noch mal kurz so zwei, drei Beispiele, was halt passiert, wenn man darauf nicht achtet. Hier hätten wir einmal einen, ja, ziemlich klassischen Fall, also Steinteppich verlegt mit einem, also Körnung stimmt. Von der Verlegeleistung her sieht das Ganze auch gut aus. Schönes Material, schön verlegt, aber hier wurde mit einem lösemittelhaltigen Bindemittel gearbeitet. Jetzt ist es so, dass hier stehen solche Blumentöpfe drauf aus Kunststoff. Die werden sehr selten noch in Deutschland produziert, die werden irgendwo in Ländern produziert, die das, ja, mit den ganzen chemischen Zusätzen, wie die Kunststoffe aufbereitet werden und so weiter, nicht so ernst nehmen. Bedeutet, hier sind Weichmacher drin, Alterungsschutzmittel, Sonstiges, die wir eigentlich nicht darin haben wollen. Und ist jetzt unser Steinteppich unten mit etwas Lösemittelhaltigem gebunden. Der gibt am Anfang sehr viele Lösemittel ab, das lässt mit der Zeit nach, aber der gibt trotzdem fast über seine gesamte Lebensdauer, gibt der Lösemittel ab. Und dann passiert das einfach sehr schnell, dass die Lösemittel hier irgendwas anlösen, ein Weichmacher zum Beispiel, und der wandert hier rein. Und dann bekommt man diese typischen Verfärbungen, also das hier ist eine Verfärbung durch Weichmacher. Und das Kuriose ist, das ist jetzt hier und vielleicht in zwei, drei Tagen ist das hier. Das verseucht das ganze Bindemittel und deswegen spricht man hier auch von Weichmacherwanderungen, also erstens vom einen Material ins andere Material und dann wandert das hier im ganzen Material rum. Bestenfalls habe ich nur solche Verfärbungen, schlimmstenfalls löst das mein ganzes System irgendwann in Wohlgefallen auf. Deswegen unbedingt aufpassen, auch bei lösemittelfreien Zubereitungen unbedingt etwas verwenden, das auch Weichmacherbeständig ist oder das dementsprechend später nacharbeiten. Hier sieht man das ganz deutlich, wo das losgeht. Und hier nochmal richtig schön. Und das hier, da kann man jetzt dem Kunden nichts vorwerfen. Man könnte dem Kunden jetzt sagen, stell in Zukunft etwas aus Holz unten drunter oder Sonstiges. Aber, ganz ehrlich, wenn ich mir meine Terrasse machen lasse, meine Einfahrt, Sonstiges, dann möchte ich auch Blumentöpfe draufstellen. Ich möchte ein Planschbecken für mein Kind draufstellen. Ich möchte sonst irgendwas, einen Schirmständer vielleicht. Und das ist alles aus Kunststoff. Das möchte ich alles draufstellen und ganz normal benutzen können. Und das kann der Steinteppich auch, wenn du das richtige Bindemittel verwendest. Deswegen, das hier sehr ärgerlich, weil im Endeffekt bedeutet das, wenn der Mängel behoben werden soll, rausreißen, neu machen und dann bist du mit dem Projekt hier definitiv in den Miesen. Nächster Fehler, der sehr gerne gemacht wird, sehr häufig. Ich beobachte das vor allem in Luxemburg, weil in Luxemburg lässt fast jeder seine Einfahrt mit Steinteppich machen. Das Beispiel hier, das ist hier wirklich aus Pirmasens. Also, wer das mal live sehen möchte, wenn du bei mir bist, sag mir mal Bescheid, dann fahren wir mal da zusammen hin und gucken mal, wie weit sich das Ding jetzt in Wohlgefallen aufgelöst hat. Also, wir sehen hier lauter Löcher. Hier wurde ganz viel falsch gemacht. Steinauswahl ist okay. Hätte man können, auch was Gebrochenes nehmen. Vorne, das sieht man hier, so ein kleines bisschen vielleicht noch. Hier sieht man ja, ist ein Aluprofil gesetzt. Vorne auch. Das heißt, Schwachstelle hier, wird alles weggefahren. Hier wurde kein Rampenprofil gesetzt. Das ist das Erste. Dann ist die Schichtstärke viel zu gering. Also, wir sehen hier, das sind vielleicht 8 mm. Und für befahrbare Bereiche empfehlen wir eher mal 2 cm. Also, da sollte man schon 20 mm Schichtstärke benutzen, je nach Körnung. Und dann wird das Ganze dann auch wirklich befahrbar. Das muss natürlich auch richtig verdichtet sein. Und es muss der Untergrund vorbereitet sein. Hier sehen wir, unten drunter ist der planke Beton. Also, ich sehe hier weder Grundierung noch irgendwie Quarzsand noch eine Drainage. Wäre natürlich das Optimum gewesen, entkoppelt mit einer Drainagematte. Und dann sieht man einfach hier Fahrbelastungen, dass das Ganze kaputt gefahren wurde. Und das ist so eine schmale Einfahrt in so eine Tiefgarage. Das heißt, hier kann man nur gerade drüber fahren. Hier ist nicht der Fall, dass ein Auto draufsteht, im Stand Servolenkung, mal die Reifen sich bewegen. Das ist noch eine viel größere Krafteinwirkung. Und wenn das ein Auto auf so einer Fläche macht, kann man sich vorstellen, dass das Ding sofort kaputt ist. Das hier sind ja wirklich nur Stellen vom ganz normalen Drüberrollen. Wir sehen es hier auch nochmal ganz deutlich. Hier auch die ganzen Auflösungen. Interessanterweise wurde hier auch ein Profil zur Farbtrennung benutzt. Hier nicht. Warum auch immer. Hier sehen wir es wieder. Ganz normales Fliesenprofil. Sollte man nicht machen. Also, wenn dann natürlich mit mehr Schichtstärke das Ganze auch richtig eingearbeitet. Das wurde hier wahrscheinlich nur verklebt. Und ja, da fährt ein Auto drüber. Da habe ich Hebelwirkungen drin. Und man sieht es hier, das Ganze wird einfach nur kaputt gefahren. Was hier noch erschwerend hinzukommt, ist, dass hier einfach mit unterschiedlichen Bindemitteln anscheinend gearbeitet wurde. Und es kann auch sein, dass der Verfärbungseffekt ja hier gerade drüber geht. Man sieht es hier eigentlich. Also, hier wurde anscheinend auch mit einem Epoxidharz gearbeitet. Das heißt, hier scheint die Sonne öfters drauf. Hier ist dann irgendwo so der Cut, wo dann ab da Schatten ist, immer die Sonne nicht so hinkommt. Hier sieht der Stein nicht wirklich mehr gut aus. Also, wir sehen hier bei näherer Betrachtung schon so Ankreidungen. Also, das ist wirklich so ein typisches Zeichen für Epoxidharze. Und hier sehen wir eine komplette Verfärbung drin. Also, das ist der gleiche Stein hier. Und das hier ist deutlich vergilbt, verfärbt und das hier nicht. Also, diese Fehler unbedingt vermeiden. Die vier Grundsätze dazu beachten, wenn du das jetzt im Internet siehst. Das ist eigentlich ein Inhalt aus unserer Akademie. Das ist das erste Video aus dem großen Kapitel Steinteppiche. Das dürfte bei uns Lektion 7 sein. Wenn du darüber mehr erfahren willst, dann klick mal unten auf den Link. Melde dich zu unserer Akademie an. Und dann helfe ich dir, beziehungsweise mein ganzes Team hilft dir dabei, solche Fehler zu vermeiden. Bring dir das alles richtig bei. Und dann kannst du auch wirklich safe Steinteppiche verlegen. An jeden, der das jetzt aus der Akademie sieht, schau dir das bitte vielleicht nochmal an. Schreib dir die vier Grundsätze auf. Und dann geht es im nächsten Video schon direkt weiter mit den bauchemischen Grundlagen. Und wir schauen uns mal im Detail die Granulate und die Bindemittel an. Bis dann. Viel Spaß. Dein Marcel. Dein Marcel. Dein Marcel. Dein Marcel. Dein Marcel.